Servus, gritsi wo, wieder zurück zu Sims 4. Willkommen herzlich. Sie ist da nackt? Ja. Danke Wicked. Oje. Und alle ticken. Oh boy. Wo wir gerade beim ticken sind, kann er sich ja mal freundlich vorstellen. Ja, Maut Wicked Wimps. Danke, wissen wir schon. Du kannst da nicht hingehen. Du kannst da nicht hingehen. Die Tür ist für jeden zutritt gestattet für Haushalt. Ja, Tür abschließend für jeden außer Familienmitglieder. Das heißt, du kannst da reingehen. Wo ist dein Problem? Hast du das vielleicht für die Tür nicht gemacht? Ziemlich sicher, dass ich das für die Tür gemacht habe. Probier mal jetzt hier. Ja, jetzt redet sie gerade noch mit ihr. Lass das mal bitte. Nee, sie kann nicht. Kannst du sie vielleicht einfach in den Raum reinschicken erst mal und dann gucken? Ich... Das kann ich versuchen. Hier hingehen. Kannst du die... Kann sie die Dinge nicht... Ach, warte mal, was macht er denn gerade? Ach, er hat das... Ah, was zum... Ach, der Schaman! Stimmt, da war ja was. Ist er nicht tot? Ja, eigentlich schon. Aber anscheinend nicht wirklich. Alter! Stirb doch nicht gleich. Schutzengel plus eins. Äh, der hat... Hat der Drogen? Spirituelle Reise... Ja, der hat nur Aguasca, der kann sich ficken. Was ist Aguasca? Eine Droge. Eine Meme-Droge oder eine echte Droge? Eine echte Droge. Die existiert. Kenne ich also den nicht. Was ist das? Äh, so ein Zeug, dass die auch woanders irgendwie in Afrika, glaube ich, konsumieren. In Faknagistan? Oh, weil, Moment. Äh... Ja. Reste nehmen. Und dann... Ja, kannst du mal schlafen. Sie muss sich jetzt irgendwie kümmern, dass sie Drogen herkriegt. Ah, okay, aber erst muss sie auf Toilette benutzen und Fragezeichen. Und dann... Reste nehmen. Und dann... Der ist doch Drogendealer. Herrgott kriegt doch Drogen von dem. Ja, sie ist aber auch Drogen. Und sie auch. Kann sie mit ihr vielleicht Wohnungsschlüsse geben? Ja. Besser ist es. Ah, geht doch. Andere Anfragen kannst du noch machen. Andere Anfragen? Drogen dealen. Kannst du halt schon Perso kaufen. Cool. Äh, was kaufen wir denn? Hm, nehmen wir Halluzinogene, nehmen wir Cannabis. Fangen wir leicht an. Keine Bilze. Bilze kommen dann noch. Schöne Champagne, Jungs. Ja, klar. Ich glaube, davon wurde mir auch geredet. Auf jeden Fall. Sie möchte sich anscheinend nicht anziehen. Ist doch in Ordnung. Lass sie doch. Ja, ich meine, sie kann auch, weil sie ist nicht komplett zensiert. So stört es mich nicht. Ach ja, Moment. Bevor du schlafen gehst, musst du dann hier noch die Teile blöden und den Rest wegwerfen kann sie. Aber du kannst dann schlafen gehen. Natürlich, erst einmal Hamburger. Hamburger. Wieso sind die alle so konzentriert? Digitale Entsorgung. Oh, okay. Oh. Mikazu ist halt fucking dead. AK47, Junge. Ja, das heißt anscheinend wirklich so. Nehmen wir doch mal. Ja, alles. So. Ist das nicht ganz schön teuer? Ja, doch, natürlich. Aber ich hoffe mal, das ist auch eine Menge. Klar, was willst du. Appas, Downers, egal was. Jo. Das hast du übersetzt? Ja. Vielen Dank für den Einkauf. Jo, bitte. Was ist das für ein Sound? Hier, die Dusche ist kaputt. Apparieren. Ja, aber das ist kein Sim-Sound. Das ist fucking distorted audio. Was ist das? Ja. Die Dusche hört sich immer alles nicht so an. Oh. Cool. Dein Dusch übersteuert. Nice. Vielleicht übersteuert sich auch nur on your end, weil bei mir klingt die eigentlich halbwegs normal. Also ein ganzer Game-Song ist bei mir disortet gerade. Der fuck. Okay. Ah, Fabio haut wieder ab. Ja, tschüss. Sie haben keine Drogen mehr genommen. Ja. Es wird auch Zeit, dass sie Drogen nimmt, aber sie muss das vorher noch reparieren und anscheinend auch noch schlafen. Sie muss sie dann noch weg. Oh. Jean-Di Emilia ist gealtert. Nun denn. Er ist kreativ und Musikliebhaber. Okay. Kann er noch irgendwas cooles Mörder-Technisches machen oder gibt es hier nichts Neues? Es gibt das hier zum Beispiel. Dord of the Easter Hare, aber das machen wir mal lieber nicht. Das ist nämlich noch experimental. Das sorgt dafür, dass er Eier legt, statt Kinder zu bekommen. Aber nachdem er nicht weiblich ist, hat das keine Relevanz für uns. Okay. Schauen wir da nochmal durch. Gitarisch eher Hundefreund. Zimperlich. Sinnlich eng. Ja, das hat... Obwohl, das könnte für ihn sogar Sinn haben, aber das tut ihm weh, deswegen lassen wir das. Non-Konsument. Ja, sicher nicht. Dadurch werden... Leute in seiner Umgebung kokett. Ich glaube, das könnte man machen. Klabber könnte man aber auch machen. Hm. Black Widow ist ja weiblich von den Gen her. Nee, aber das geht, glaube ich, bei jedem. Tja, aber da die ganzen Dinger sind, glaube ich, weiblich. Weil Black Widow, äh... Dann war da Dota aufs Easter her. Weil Dota und Omo war, glaube ich, auch noch was weiblich. Geh nochmal hoch bei dem Ding. Hm. Nein, Non-Konsument. Nee, das war's nicht. Wir brauchen irgendwas, was ihm hilft. Ups. Hm. Unberechenbar würde mir jetzt nicht gerade helfen. Obwohl, dann kann er mit sich selber reden. Das passt eigentlich. Du ist da. Nee, das lassen wir lieber. Machen wir unberechenbar, oder? Ja, man, passt schon. Das passt schon. Freut er sich. Auf jeden Fall. Man kann auch mit sich selber reden, das würde brauchen. Wenn er einfach alle Leute entführt. Ansonsten, warte mal. Ihre Liste wurde gelöscht. Nee, da ist sie wieder. Hä? Nein, da ist sie nicht. Das ist eine selber. Du wirfst das weg und dann gehst du schlafen. Oh, mir fällt gerade was ganz Wichtiges ein, was ich noch vergessen habe. Das muss ich, wo kann ich nochmal, es geht doch mit den Sims irgendwie, ich suche das fucking Sims-Menü, wo ich Sims, äh, äh, ändern kann. Eigener Betrieb, Alter. Inwiefern ändern? Aussehenstechnisch musst du am Spiegel machen. Ah, am Spiegel, okay. Ja, ähm, nicht nur, nee, nicht nur die Klamotten, sondern auch, äh. Ja, das geht da. Eigenschaften, das geht am Spiegel. Okay, gut, dann muss ich. Also, ich glaube, unten ist einer, da links. Da, ja, genau. Ähm. Ziehen wir arbeiten, ja, ist doch schön. Gut, dann. Weil, da glaube ich, habe ich etwas Wichtiges nicht festgelegt, was ich erst durch den Mod festlegen ließ. Und, das muss ich jetzt natürlich noch nachholen. Wie lange willst du noch mit dem Modus spielen? Die sexuelle Neigung? Äh, ich glaube, die sexuelle Neigung habe ich tatsächlich schon gemacht. Aber, wird man dann auch gleich sehen, was das ist. Ich schmier, die Garte. Sie schmeißt es einfach bei ihr rein. Kann man machen. Engel. Plus eins. Also, der ganze Game-Store ist bei mir ein bisschen disordnet, als würdest du, als würde ich ein YouTube-Video auf irgendwie zweifache Geschwindigkeit mindestens abspielen. Komisch. Aber du bist ganz normal, also, absolut kein Problem. Hm, ja, gut. Reicht doch. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Oh, nein, das ist schon auf ja, dann passt alles. Halt ich das für meinen Penis? Ja. Das ist neu. Ja, sag ich ja, das ist neu. Ja, der hat einen Penis. Keine andere schwängern, männlich, passt alles. Ist okay. Fertig. Musste ich gar nichts ändern. Hab mich geirrt. Ich dachte erst, äh, dass da jetzt, dass ich das von neun auf ja stellen müsste, aber wie es sich herausstellt, muss ich das nicht. Also, passt alles. Penis. Penis. Ich hätte eigentlich Penis schreiben müssen. Ich hab das ja auch übersetzt. Ich glaube, ich korrigiere das noch. Willst du das im Insert flexen, wie du, äh, wie du übersetzen kannst? Ja, natürlich. Ja, dann geht doch flach. Junge, der Sound wird dann immer schlimmer. Ja, musst ein bisschen weghören vielleicht. Katzi, warum kommst du jetzt her? Schlechtes Timing. Ja, weißt du auch nicht, wieso dir das herkommt. Dennis, wieder mal. Kommt immer mit der Schmutz, wenn wir Sims, let's playen. Und was war die andere Mistkatze? Der putzt sich hinten im Kratzbaum. Aber sag ihm, der Kratzbaum ist zum Kratzen und nicht zum Putzen. Dass das nur Konsequenzen mit sich führen wird. Hat er gehört, hat aufgehört sich zu putzen und gehend jetzt. Das ist nicht zum Gehnen, das ist zum Kratzen, du Fucknecker. Ja, er steht auch schon auf. Ich soll mich nicht muten, weil ich meine Nase putze, oder? Ja, nee, da kannst du ruhig... Oh, sieht doch schon, dass die Rampen ist. Da musst du ja mal wieder einen Toast machen. Auf Twitter? Ja. Oder auf Simstagram? Yes. Kann sie ihr Arschloch auf Simstagram teilen? Ich hoffe. Ich hoffe. Äh, Simstagram, wo ist es denn? Mehr Auswahl. Da musst du auf sie gehen. Simstagram ist doch nur das Handy, oder? Nee, ist auch hier. Soziales Netzwerk. Ähm, die App, äh, hier Sozialen Medienstatus aktualisieren. Und danach? Nimmst du die Drogen. Öffnen. Okay. Ach, ist es Ismail Heinrich Öffelwerfer? Ja, ist es. Glaub ich. Servus. Ja, oder? Ja, ist er. Ja, moin. Sie mag ihn ja gar nicht so sehr vom Freundschaftlichen her. Tatsache. Sie sind nur zum Fegeln gewesen. Wollte grad sagen. Und Emma ging gar nicht so richtig sein... Ah ja, gut, ist auch nur sein Ziehvater. Katzi, wo bist du? Ach, du bist da. Ähm, was ist bei dir los? Du brauchst, äh, auf jeden Fall dann Spaß. Fernsehen. Hast du überhaupt die Hausaufgaben gemacht? Moment. Ach, er ist gerade älter geworden. Ah ja. Ich verstehe. Er muss jetzt schreiben lernen. Oder kann er schon schreiben? Ja, aber... Ich dachte, er wird Komponist. Er muss alles davon können. Allround-Künstler. Weißt du was? Ich tausche den PC jetzt mal aus, weil er jetzt schreiben kann. Nicht klappbare Klapptisch. Ich will den... Danke. Äh... Nein! Komm, Puh. Nein! Er kriegt jetzt ein richtig krasses Teil hier. Mit grüner Tastatur. Wieso kannst du den daneben nicht kaufen? Welch? Dener? Ja. Schriftsteller-Karriere Level 2 mindestens. Wieso hab ich den? Keine Fahndung. Keine Fahndung. Der war einfach immer... Der war einfach immer als Sim-Inventor. Ich glaub, von der Arbeit haben die ihn geklaut oder so. Ah, Moment. Das ist ja... Unkaputt war es. Bitte beeil dich, Junge. Der ist unaushaltbar. Haha. Okay, okay. Ich bin schon raus. Danke. Bitte. Okay. Dann, wenn du... Sobald du aufstehst, kannst du... Blickblock spielen, würde ich sagen. Ist doch schon mal gut. Und dann kannst du... Nicht Porn gucken, sonst wirst du erwischt. Aber ein Genrebuch... Okay, schreib... Ja, schreib ein Kinderbuch. Oh. Ja, die Warte war nicht kaputt gemacht, du Arsch. Der Bläde. Cool. Katzi mag Geist nicht. Gut zu wissen. Das hab ich sehr schlimm gehört. Danke. Bitte. Warum hat das an deinem Ende so übersteuert, ey? Und doch nur der Spielsong. Und du nicht. Nur der Spielsong. Sehr irritierend. Was macht sie da jetzt? Achso, sie leert den kompletten Müll. Ja, gut. Twerken. Kann sie machen. Twerken! Du hast mich erinnert. Hör auf zu spielen. Twerken für Geld muss er noch machen. Das... Wo ging das nochmal? Äh... Das muss er nicht machen. Das kann er nur nachmachen. Mit sich selbst reden. Sich selbst Geschichte erzählen. Ich glaub, es war aber einfach mit diesem Scheiß. Das ist ein Kinderbuch. Ähm... Puh, das ist schwierig. Ich hab gerade entdeckt, ich hatte die Aufnahme pausiert. Ne, ich wollte auch gerade schon fragen. Sind wir jetzt nicht langsam auf 20 Minuten angekommen? Sind wir? Den Timer hab ich manuell deaktiviert. Aber ich hab anscheinend eine der Tasten gedrückt, durch die man die Aufnahme pausiert. Wir sind erst 13 Minuten in. Fack! RIP! Jumai. Ist ne Menge passiert. Bücher, äh... Tom Peeping spannt. Und er ist wütend. Also im Endeffekt, wer nichts verpasst. Genau. Basically, hat er nichts verpasst. Ah, da ist er doch. Ah, dann wird er jetzt wohl erwürgt. Okay. Richtig schön schlechte Animation. Wird sein Kopf gerade immer roter und roter? Oder blauer und blauer? Könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Ich... Hm. I don't know. Willst du nicht mal gute Animationen für diesen Mod machen? Ich glaube, dafür bist du eher so zuständig. Du kannst 3D. Ich nicht. Ich kann 3D gar nicht. Mehr als ich easy. Ah. Jetzt ist er Energie geladen. Leben genommen. Oh, wie er sich freut. Leben genommen. Nichts. Casual weggehen. Ja. Nichts ist erfrischend, als er im Sinn, das Leben zu nehmen. Energie geladen. Kann er da jetzt vielleicht irgendein Buch zuschreiben? Gehen wir doch mal zurück zum Freude und gucken. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, er ist nicht hoch genug, aber... Vom Level her... Ich weiß nicht, ob es ein Energie gelandendes Buch gibt. Gibt es, das weiß ich. Habe ich in einem anderen Spielstand, in meinem privaten Spielstatt schon rausgefunden. Okay, sie... Schreibt... Warum hat sie jetzt eigentlich... Achso, ja, sie muss ja noch die Post bekommen. Post bekommen. An Verlag verkaufen. Grausamkeiten des Korea-Krieges. Stimmt. Da war doch was. Das ist ein schönes Buch. Auf jeden Fall. Scheiße. Die Buchtitel wurden verpasst. Fek. Moment, welches Buch war das jetzt? Ach, das ist das Kinderbuch. Ähm, noch ein Kinderbuch? Ja. Aha. Na, diesmal nicht. Das ist nicht lustig. Na gut. Ähm. Lass mich kurz nachdenken. Kinderbuch. Ähm. Der Zorn Gottes. Altes Testament. Sehr schön. Ähm. Er war sehr sauer. Das war er. Da hast du recht. Das ist noch ein gutes Buch für Kinder. Kleiner Fun, weil es gibt kein Energize-Buch, wie es aussieht. Es gibt einen Workout-Guide, den man schreiben kann. Den meinte ich. Boah, der wird durch Energize besser nur. Laut der Webseite, die ich gerade gefunden habe. Ah. Wo ich 0,4 Sekunden gerade gegoogelt habe. Ja, ich habe mich nicht drauf festgestellt. Genauso wie das Motivationsbuch. Ah, obwohl, aber das... äh, kann sie nur schreiben, wenn sie Ding ist. Das ist, glaube ich, eine Idee. Lass ich sie mal kurz schon mal ein Motivationsbuch anfangen, aber danach... nimmt sie Drogen. Was ist da alles drin? Ach, die Shampoo. Ja, okay, das ist jetzt ein Motivationsbuch. Ein Motivationsbuch? Meinst du ein Workout-Guide? Weiß es nicht. Es heißt Motivationsbuch. Dann würde es das sein, ähm... Selbstsicher löst es aus hier. Ach so, dann, äh... Stopp, jenes. Du schaffst es nicht. So? Ja. That about right. Zehn einfache Schritte zum Versagen. Ein... Wache. Sehr schön. Auch Versagen will gelernt sein. Das ist... Ja. Kondome, Anti-Baby-Pillen, äh... Tampons und Pads. Die Tampons und Pads stellen wir mal da hin. Oh, das sind eine Menge. Äh... Kondome. Anti-Baby-Pillen stellen wir auch da hin. Kueva! Gott, die... 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 Kindermusik da im Hintergrund, ey. Und Kondome, stell mal da hin. So. Sie muss hier aber erst mal ein Pape rollen. Ja, kann sie aber nicht. Sie hat keine Papes. Sie müssen das doch ankommen. Sie hat sie bestellt, aber... Ich hatte sie schon lange da. Leider nein. Post bekommen. Gibt auch leider noch nichts. Ja. Sehr, sehr schade. Aber ich meine, die Post kommt ja spätestens morgen wieder. Also von daher, das ist ja etwas. Stimmt, das könnte man verpasst haben, dass sie Gras gekauft hat. Also Wiese. Ich glaube, das hast du recht am Anfang gemacht. Aber wie sie, ähm, das Online-Zubehör gekauft hat. Das kann auch sein. Einen Bogen. Ich weiß nicht, was ein Bogen ist. Warum? Ich meine, wenn er will, wenn es ihm hilft. Und was sind das für grüne Pixel da? Das sind tatsächlich grüne Pixel. Ich weiß es nicht. Will ich wissen, was das ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz ehrlich auch nicht, ob ich es wissen will. Lassen wir es einfach mal so stehen. Kann sich ja gönnen. Mann, krieg ich endlich Post. Ich will, dass du mal was rauchst. Wie geht's ihr? Gut. Ah ja, da fällt mir grad was ein. Komm, ist doch mal wieder Zeit, Muss sie übernutzt werden? Ja, ich denk schon. Ich denk, es wird Zeit. Random. Wird schon Zeit doch, ja. Katzi, was machst du da unten? Sie läuft, sie läuft im Dreieck, die Katze. Literally. Katze im Dreieck gehören, aber so. Ja, irgendwie, das gehört zusammen. Ach, ich glaub, Katzi will da hochspringen und schafft's nicht. Dumme Katze. Ripkatzi, aller. Ripkatzi. Okay, dir geht's jetzt wieder gut. Kannst jetzt weiterschreiben. Äh, mehr Auswahl, schreiben, weiterschreiben, weil seine Mutter direkt nebenan steht. Wo ist das Problem? Ah ja, Moment, er hat keinen Job. Äh, das könnte zu negativen Sachen führen, aber auf Kaka scheint er momentan zu funktionieren. Moment, ich wollte doch hier Reste nehmen, genau. Dann kannst du dich nachher noch in der Dusche singen kannst machen und dann kannst pennen. Ah, und er ist auf Level 3. Sehr schön. In einem Level kann ich das Motivation, und du denkst dir dieses Workout-Guide wohlschreiben. Oh. Und sie kann jetzt, äh, Stoppe jenes, du schaffst das nicht veröffentlichen. Alter! Ansonsten läuft bei ihr nicht so gut, gerade, seh ich. Ui. Ach, gefällt. Sie müssen einfach nur jemanden benutzen. Das ging schnell. Das hat gut geklappt, ja. Okay, äh, ersten Kampf. Ja, es ist nicht der erste Kampf, das ist schon der x-te. Ähm, danach kann sie die Toilette benutzen. Oh ja, Moment, sie ist im Kinky Wims Mod, äh, im, nee, im Wicked Mod ist sie gerade, deswegen kann ich ihr das nicht in die Liste geben. Können sie die auch zu zweit benutzen eigentlich? Ich glaube theoretisch ja, lass mich mal kurz gucken. Ähm, mehr Auswahl, Wicked, zusehen anscheinend nur. Aber man kann eigentlich auch rein joinen, dachte ich. Attacke, äh, den Bitten der Attacke beizutreten. Ja, mach das sofort, brich alles andere ab. Als Aggressor. Lass das Buch, Leute, mal Buch sein. Vor allen Dingen, Bitten der Attacke beizutreten. Komm, gib Gas, Junge. Die Attacke hält nicht ewig an. Na komm. Na, geht's? Es geht. Sehr schön. Junge. Sie ist jetzt in der Mitte. das ist so falsch. Ein Family Sandwich. Junge, sehr schön. So viel gestiegen. Moment, was? Richtig. Ach gut, Rundenred, ich hoffe, vielleicht hast du doch als Geist wiedergekehrt. Ja, moin. Du kannst dich eigentlich direkt entfernen. Du hast sowieso keiner. Die wird eh deleted. Also ich meine, sie wurde ja vorhin auch deleted. Nicht mal Essence, man hat sie, ist sie holen gekommen. Nicht mal der wollte sie. Aber, ich hab den Part schon etwas überzogen. Deswegen beende ich ihn an der Stelle. Hoffentlich hat euch gefallen. Auch wenn irgendwie so ein bisschen was schief gelaufen ist, so ein bisschen so, ne. Und bis zum nächsten Part. Und rein, Leute. Tschüss. Tschüss.